und da gibt es ein neues video kommentar am dienstag ein pro placement let's go ich bin gespannt was für eine werbung kommt heute heute ist es wieder soweit heute eine neue episode von sascha liest kommentare ich war wieder unterwegs unter meinen videos und habe geschaut geiler effekt geiler übergang oder mit dem minecraft exklusion schaut mal so nice gemacht gefällt mir unterwegs unter meinen videos und habe geschaut was ihr so da gelassen habe wie immer es war die größte kommt nichtsdestotrotz fangen wir ganz traditionell an mit dem top kommentar von der letzten episode was sagt justin wenn er das erste mal koks probiert mehr anzeigen normalerweise sieht man das schlief man das sieht man das zieht man das zieht man das schade fast 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 bitte nicht verwechseln london man wird zum ritter geschlagen mehr anzeigen könnten man wird vom man wird von rittern geschlagen von familie ritter geschlagen man wird vom ritter geschlagen den kannte ich schon das gibt eine anzeige wie nennt man einen chinesischen volleyball spieler mehr anzeigen schmetterling nein wir sehen uns nach der werbung wieder mein rtl das heutige video ist gesponsert von raid shadow legends oh ehrengames hab ich auch gezockt das ganze ist ein kopf wir schauen uns die werbung an der baut immer die werbung nice an leute wir schauen uns die werbung an auf ehrenbasis auf ehrenbruder basis raid shadow legends falls ihr das sieht hier haben es noch mal fast 40.000 leute noch mal die werbung gesehen gibt sascha mal einen extra bonus gibt ihm eine extra bonus für die werbung kuss geht raus kostenloses spiel welches weltweit in den ersten drei monaten fast zehn millionen mal heruntergeladen wurde nach dünner guten mehmet ist mein persönlicher lieblings champion in dem spiel gellig warum weil er einfach alles auseinander nimmt ich habe für euch ein erstklassiges gameplay am start dieses spiel hat sage und schreibe 300.000 abbewertungen und es gibt sogar eine coole road map new fiction tag team arena new clan boss stark findest mich in game unter dem namen oben in der süd ich freue mich an erster stelle einfach für mehr mit digga leute ladet euch jetzt das game runter der link ist unten in der beschreibung und wenn ihr euch über diesen link dieses game holt bekommt ihr innerhalb von der ersten woche 50.000 silber und einkostenlosen epischen champion kuss geht raus in rtl wie steht montez zum thema glücksspiel wie steht montezut ihr glücksspiel keine ahnung viel mehr anzeigen im minus bei riesigen und nebenwirkungen rauchen sie die packungsbeilage und sagen sie ihrem arzt er sei apotheker ok ich warte immer noch auf den ungeclip in dem er im stream geschnarcht hat kein problem muss das sein wer hat diesen kommentar geschickt wer den kommentar geschickt mark f mark f wenn ich dich in die finger kriege mark f wenn ich dich in die finger kriege das wird wird eine schwere zeit für dich ab jetzt mark f es wird eine schwere zeit für dich auf diesem kanal ab jetzt könntet ihr mal ausschau halten nach mark f wird gefährlich ja 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 ihr habt mit ihm unter einer decke gesteckt mark macht dich gefasst mark macht dich gefasst warum sind in polen die kreisverkehre so groß ich weiß nicht mehr anzeigen damit man auch mit lenkradsperre durchfahren kann der war so schlecht aber ich musste lachen ich weiß nicht warum ohne das e in europa würde es ziemlich alt aussehen hä ich hab's nicht verstanden ohne das e in europa würde es ziemlich alt aussehen uropa hä das wusste ich noch gar nicht uropa krass krasser alter okay das ist mindblown alter das ist krass haben wir nicht letzte folge über solche kommentare gesprochen ich kaufe mir benji ewald eist out wenn aporet eine bar eröffnet heißt sie wohl ich weiß nicht mehr anzeigen apotheke der war schwach fand ich der war schwach der war schwach einer mei und nach beste dicker ich habe gerade den gummiring beim wasserhang gewechselt mehr anzeigen es reimt sich zwar nicht aber es dichtet was sagt der zahnarzt zu schindy mehr anzeigen maschallah mach mal a maschallah mach mal a endlich habe ich meine ausbildung als bademeister bestanden mehr anzeigen thomas 24 hat nun eine glorreiche zukunft vor sich wie die schreien alter das ist aber so ein peace peace ist das jesus damit bin ich mal wieder komplett raus falls euch das video gefallen hat könnt ihr gerne daumen nach oben da lassen falls ihr den kanal nicht abonniert habt könnt ihr an der stelle auf kostenfreier lehramtbasis ein abonnement bei mir da lassen checkt auch den ersten link in der beschreibung kuss geht raus an raid danke für die kooperation geht kuss raus ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder mit pietro lombardi was morgen ist pietro da gell gell morgen ist pietro bei sascha pietro lombardi pietro lombardi oh da müssen wir morgen reinschauen da müssen wir reinschauen bietro lombardi bietro lombardi bietro lombardi